Und diese Geschichte von Elinor Prochaska ging durch ganz Europa. Herr von Welk, die Musikwoche Hitzacker startet in diesem Jahr mit einer musikalischen Sensation. Es gibt eine Welterstaufführung einer Schauspielmusik von Beethoven, die Sie zusammen mit Herrn Güttler, dem musikalischen Leiter, im Bonner Beethoven Archiv ausgegraben haben. Was genau haben Sie denn dort gesucht? Na, so ganz ist das nicht richtig, wenn ich das sagen darf. Ich habe die nicht ausgegraben, diese Musik, die im Jahre 1815, also vor 200 Jahren, von Beethoven komponiert worden ist. Das sind vier Stücke. Die Noten dazu waren lange Zeit verschollen. Man weiß sehr wenig über diese Musik, über das Drama, zu dem diese Musik geschrieben worden ist, und zu dem Autor Friedrich Dunker, der das Drama Elinor Prochaska geschrieben hat. Wie Sie sagen, man weiß oder wusste bisher, kann ich sagen, sehr wenig über ihn. Er war Beamter im Kabinett des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Und in dieser Eigenschaft fuhr er nach Wien 1814 zum Wiener Kongress. Er war also Mitglied der preußischen Delegation Wiener Kongress. Und während dieser Zeit, der Kongress dauerte fast ein Jahr, während dieser Zeit, lernte er dort Beethoven kennen. Warum war Elinor Prochaska beerdigt nach der Gördeschlacht in Dannenberg zu ihrer Zeit und bis heute so berühmt? Elinor Prochaska war während des ganzen 19. Jahrhunderts eine Art deutsche Jeanne d'Arc. Sie hatte 1813 an der sogenannten Schlacht an der Görde teilgenommen, und zwar bei den Lützer Jägern. Dort war sie wenige Monate vorher eingetreten, verkleidet als Mann unter falschen Namen, August Renz. Das hatte niemand gemerkt. Sie wurde in der Schlacht an der Görde im September 1813 schwer verwundet. Und bei dieser Gelegenheit, als die Ärzte sich um sie kümmerten, kam heraus eine hübsche junge Dame. Und diese Geschichte, und sie ist dann, wie Sie sagen, gestorben, wenige Wochen später in Dannenberg, und diese Geschichte ging im Zuge der Begeisterung für die Befreiung Deutschlands von der französischen Herrschaft durch ganz Europa.